...neue Befestigung notwendig war, in zukünftigen Attacken der Rotomane standhalten zu können. Deshalb befahl er den Bau einer neuen Stadt. Die Halbinze im Großen Hafen war hierfür der Milianenbund. Im Zagdruck wurde die Kirche des Ordens errichtet und dem Schutzheiligen der Ritter Johannes dem Täufer gewittelt. Der Baum der Kirche dauerte vier Jahre und wurde 1577 angeschlossen. Der Militärarchitekt des Ordens, Jamula Mottasar, ...verfällig.